Yo, yo, hallo Leute, willkommen zu einem ganz neuen Projekt. Ich präsentiere euch heute Black Ops 2 im Multiplayer-Modus, habe ein Suchen- und Zerstören-Spiel hier, Cargo-Runde 1 und wünsche euch einfach viel Spaß. So, meine Waffen, zu denen möchte ich auch noch etwas erzählen, MP7 und natürlich noch die 5-7, wobei 5-7, die werde ich heute nicht im Spiel nutzen, weil mit der kann ich überhaupt nicht, mit der kann ich überhaupt nicht, mit der komme ich überhaupt nicht klar. So, da vorne liegt die Bombe, wahrscheinlich ein Sniper-Schütze. Ah, noch nicht mal das. Nicht mal das, Digga! Wow, ich habe eigentlich schon was geahnt, Digga. Aber wir wussten ja, dass wir gleich sterben, aus dem Grund können wir jetzt auch kommentieren. So, da haben wir den Jatt. Ah, den kann der Arm, kann ich nicht aussprechen. Nehmen wir mal den. Miltu88, was für ein Ding? Ich bin mitten in der Aufnahme. Willst du jemanden grüßen? Ja, was ist? Äh, ja klar, auf jeden Fall. Ja, wir können hier ein paar Leute grüßen, wenn ihr wollt, jetzt. Ja, ich grüße erst mal, ich grüße erst mal, ja, SPH, den Klar, ja. Ja. Ja, ich grüße erst mal ganz YouTube, ey. Ja, klar, Mann. Hallo, YouTube. Moin, moin. Errol, kannst du auf den Kanal gehen, der junge Zocker? Wie man's hört? Hallo, YouTube. Der junge Zocker, das ist mein Kanal. Hallo. So, das war das kleine Spielchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, eure YouTube Gamescom. See you later, Alligator.